Ihr habt mir gerade geschrieben, das neue Video von KSFreak soll ich reingehen. Ja komm, dann rein in die Holger. Zehn Arten von Turmspringern von KSFreak abfahren, Leute. Hey, er hat nicht so gemacht. Zu einem erneuten Video. Zu einem lang ersehnten Video. Aber Millionen von Leuten haben mich gefragt, Digga KS, wann gibt es wieder zehn Arten von Kumspringen? Und meine Damen und Herren, es ist endlich soweit. Wenn du da draußen nicht 50.000 Likes da lässt, für dieses absolut kranke Nostalgie-Video. Ich mache mir jetzt 50.000 Accounts und werde mit jedem Account das Drecks-Video liken. Du bist selber schuld. Meine Damen und Herren, es ist soweit zehn Arten von Turmspringern fährt ab. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Hier zu einer erneuten Folge zehn Arten von Turmspringern. Wie ist das? Das ist schon toll. Das ist schon toll. Das ist schon toll. Ja, du denkst, ich weiß nicht, weil es schaffen wir das schon. Aber nur mit dir alleine. Ja, natürlich. Wir sind beste Freundinnen. Okay, du wirst das schon. Das schaffst du. Das ist schon toll. Seid ihr auch beste Freundinnen? Ja, klar. Ihr etwa auch. Aber wir sind die cooleren besten Freundinnen. Boah, die sind cooler. Das sind die cooleren besten Freundinnen. Und wir springen einfach auf drei. Lisa macht den 31er. Der Angsthase. Wenn sie jetzt eine Rückwärtssalto macht. Kein Auge hast ne Freundin. Alter. Pro. Flo. Man darf ja... Man darf ja draußen Appetit holen, aber nur zu Hause wird gegessen. Hey, KS, bist es du? Yo, Blacks, was geht? Es gab eine Zeit. Eine Zeit, in der die Zeit noch nicht zu warten. In dieser Zeit. Hä? Was meinst du jetzt? Aber eine andere Frage. Wo ist eigentlich Mr. Krabs? Das ist ne sehr... Wo ist Mr. Krabs? Ach, scheiß drauf, Bruder. Ich hab eh meine eigene Wolken dabei. 2012 war das OG-Video. Krass. Achso, nee. Es gibt mehrere. 2015. Aber das erste war 2012. Geisteskrank. Fast zehn Jahre her. Der, der nur einen Sprung kann. Der Walross. Der Krill ist immer voll. Der Walross. Boah, die sind so... Boah, das sieht so gut aus. Das ist echt gut. Ich finde voll ist dick. Wer spielt mit Versenken? Versenken, das kenne ich gar nicht. Ach du Scheiße. Der Versenker. Der Kleine hat Leben durchgespielt. Warum können da immer diese ganzen kleinen Kids, können schon diese kranken Stunts da machen? Bademeisterhose. Die Schlingel, die Rasselbande, das ist die Rasselbande Leute. Ey, ey Jungs, ey was soll denn? Ey, es ist der erste Hunde. Ey, was soll denn? Was willst du? Hör die Hunde. Hör die Hunde. Ey, Digga, was passiert mit meinem Ton, Digga? Martin ist halt auch Legende, muss man auch sagen. Ey, you wanna touch my gong? Bro, was ist das für eine Badehose? Bro, wo findet er diese Badehose? Was ist los mit dir? Ich spring jetzt. Digga, was ist mit dir? Verpiss dich von hier! Verpiss dich von meinem Ton! Warte! Ich rette dich! Ich komm! Welche Art bist du? Bro, kein... Ich bin... Ich bin einfach keine der Arten, weil ich an meinem eigenen Pool in meinem Garten liege und nicht in Schwimmbäder gehe. Weird Flags. Ne, war nice, war nice. Welche Art seid ihr? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Leset Ihr êtes drastisch. Ich bin fünfmal in Fantastic Seveneinig prolongiert. Nun haben wir Culture-Kaution. Wirklich l avis.